Und es geht weiter, immer weiter. Na, ich bin vorhin durch diesen Raum hier durchgerannt und boah, wie viele Viecher dann hinter mir waren, das war krass einfach nur noch. Und durch. Wuhu, Speicherraum. Dann speichern wir doch einfach mal. Wuhu, erst neun Minuten Aufnahme, es kommt mir schon viel, 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 viel länger vor. Länger vor. Kann man da durch? Ja! Wir sind durch. Wo auch immer. Wir machen Speed dafür. Boah, Frösche, viele Frösche, scheiß Frösche. Frösche, scheiße. Ihr seid scheiße. Ähm. Fallen denen die Augen aus? Ja, die Augen. Bäh. Die lassen Augen fallen, wenn sie sterben. Auch eine wirklich, wirklich, wirklich geile Methode. Oh, Bossraum. Ähm. Okay, ich gehe noch nicht in den Bossraum. Ich will wissen, was da ganz rechts ist eigentlich. Ach, scheiß, sind wir drauf. Und durch. Oh, schon tot? Oh mein Gott, das ist... Godzilla! Nein, laut internalen Copyright-Rechten ist es nicht Godzilla. Aber wir sollten so tun, als ob es Godzilla wäre. Mach dein Maul auf, mach dein Maul auf. Ja, du solltest auch mal zu meiner Kühe gehen. Was? Jetzt mach dein Maul auf. Es wird langweilig. Okay. Das kann von mir aus Wochen so weitergehen. Jetzt mach eigentlich deine Klappe auf. Oh, es laggt, es laggt. Oh, geil, es laggt. Ah, Raketen. Oh Gott, ist das schwer. Nicht wirklich, man muss ihn einfach nur treffen können. Was ich leider nicht kann. Okay, ich werde mich jetzt einfach noch hinten verkriechen und ein paar Raketen sammeln. Komm her mit deinem... Los, ich werde Raketen haben vor dir. Los! Oh, Kacke. Ja. Oh, Kacke. Ich habe mich noch ein bisschen festgehalten. Oh, nicht zu früh schießen? Ah, nur Leben. Ja, Raketen. Und... Ja, Raketen. Und... Ja, Raketen. Okay, ich denke mal, das waren bis jetzt genug Raketen. So, jetzt komm her, los. Woher bin ich jetzt unten? Los, wirf deine Krallen. Mach hin. Ah, nein. Vergessen. Ah. Verdammt. Verdammtes Viech. Warum kriege ich das nicht hin? Ah. Schnell hoch. Okay, jetzt hat nichts wirkliches gebracht. Einmal kurz... Ah, nein, scheiße. Ich habe auch so nicht Pause gedrückt. Warum trifft es mich andauernd? Ey. Das kann doch nicht angehen. Boah. Der ist nicht schwer. Er dauert einfach nur lange, glaube ich. los, komm her. Los, komm her, los, los, komm her. Ah, geil. Geil. Gerade fange ich an zu schießen und schon. Alter. Alter. Was soll die Scheiße eigentlich? Der tut mir auch so weh. Geil. Boah, ich warte jetzt so lange. Wie viele Meisters kann ich maximal aufsammeln? Boah, scheiße. 65. Warum habe ich die vorhin nicht voll gemacht? Scheiß, Dreck. Los, jetzt. Oh Gott. Scheiße. Meine Güte. Los, jetzt komm. Los, 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 los. Jetzt komm. Oh Gott. Oh, warum müssen Bosse manchmal so scheiße sein? Besonders, wenn man so doof war und vorher nicht seine Raketen aufgeladen hat. Oh Gott. Ich kann schon das Gelächter von euch hören. Innerlich. Ah, meine Güte. Sie ist jetzt schon fast, glaube ich, 10 Minuten an diesem Boss hier. Warum lag das jetzt? Warum? Meine Güte. Warum? Warum? Ich krieg's kotzen, Alter. Ach. Schön. 05. Ah. Ah.